hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rainbow 6 heute am schönen freitag ich habe es zu verkünden demnächst kommt ein neues display was demnächst demnächst doch demnächst demnächst kommen wird soll ich schon überraschen oder soll ich ja mal so okay ich sage also es wird demnächst einmal survival evolved kommen einmal spiel was wir eigentlich schon lange mal spielen sollten ich konnte es immer nicht spielen wegen pc laptop bis zu aber jetzt geht es ja und ich bin ja mal arg dann kommt einmal die wolf kostenloses spiel sowie ähnlich wie der for dead von der for dead entwicklung der for dead wird nicht mehr kommen übrigens eine geile map also die haben das ja jetzt richtig gemacht wir haben ja jetzt nur flugzeug wie geil ist das finde ich ja gut dass sie das jetzt geändert haben toll jetzt hat dem please give me kevera okay ist ein idioten arsch finde ich ich mit der shotgun ich kann ich nicht mit der rote shotgun ist aber immer schön also einmal die wolf einmal a kommt die meinten x das wäre der bomb so montag kommt ja dienstag kommt ja immer rainbow freitag und monntag und dienstag habe ich gesagt was habe ich überhaupt gesagt was da kommt ist das würde ich glaube ich so machen dass mittwoch die wolf dann eben halt arc survival kommt und das dass das eben halt so laufen wird vielleicht bekommen wir es ja hin ich glaube eher ein tag arc survival die wolf wird dann eben halt so Ich wollte heute auch am Mittwoch kommen. Ich hab kein Geld, ich hab kein Easy! Easy! Fängt doch schon mal gut an! Gut, wir spielen schon Rang mal, ne? Wenn ich eher Zeit hab. Also das Rangfolgen kommt Freitag eher live, kommt sie eben halt. Hab ich mir so gedacht, am Freitag so live, warum nicht, ne? Und dann, ähm, ah ja, was ich euch zeigen wollte, ich hab hier ein Legendär Skin rausgezogen für Kapitao. Und mir gefällt der echt sehr, echt schick als Spielverderber. Und, ja klar, ich bin auch ein Spielverderber, immer wenn ich eben halt die Kids mach und Ghost und so nicht, ne? Bin ich immer schon mal so ein Spielverderber, da hab ich die, hab ich die wohl verdient, ne? Naja, dann wird ihm halt noch, also Ark Survival kommt ja jeden Mittwoch. Um, 18 Uhr, 18 Uhr. Und, ähm, Rainbow kommt am Freitag, ja, äh, um 16 Uhr dachte ich so, mach ich die Folgen. Und, ähm, ja, um Freitag gibt es immer halt live, äh, eine Folge Rang. Und, da könnt ihr sogar mitspielen, eben halt, wenn ihr Bock habt. Ansonsten kommt Battlefield 1 ja eben halt am Montag, immer. Wird auch, ähm, nicht geändert. Und am Donnerstag auch. Aber, ähm, Montag glaube ich werde ich das so machen, dass ich live eine Battlefield 1 Folge aufnehmen, und am Freitag, äh, und am Donnerstag eine aufgenommene Battlefield 1 Folge rausstrahlen werde. Ich glaub, das macht eher wenig Sinn. Es geht schneller. Hallo. Hallo. Am, 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 am. Ach, Kavera, du bist gefangen. Ach, Kavera. Warum springst du denn runter, mein Junge? Äh, mein Junge. Warum springst du denn runter, hä? Lebt überhaupt Kavera noch? Boah, ich hab keine Ahnung. Mann, der Tamodern. Ich hab keine Ahnung. Hä? Ich bin einfach hier ein schöner Kapital, der einfach gewinnen will und auch gewinnen wird. Ich bin einfach hier ein schöner Kapital. Ich habe einen schöner Kapital. Ich habe einen schönen Tag da. Ich habe einen besseren Bauch. Ich habe einen schönen Tag. ei ei Captain Jack sei jetzt blöd ok ich glaub das werden wir nicht gewinnen die Runde ok Quivera existiert auch noch wo wo von wo wi- where where the fuck warum schreibe mir jemanden per Stina wo ist Quivera das ist echt unnötig 15 Sekunden left we have been eliminated w- w- ich hab den getötet ich hab den auch angeschossen wieso hab ich eigentlich ich hab gar nicht gesehen ich find scheiß aber das wird dann eben halt jetzt so passieren also ich kann nochmal in einem nächsten Video werde ich's nochmal richtig erklären und sagen was jetzt abläuft jetzt wollte ich's nur schon mal kurz sagen aber es wird noch ein Video dazu kommen ok ich sag's jetzt haben wir's so so wir fangen am Montag an mit einer schönen Live-Folge Rainbow Six Siege und äh Rainbow machen wir von vorne fangen am Montag mit einer schönen Folge live Battlefield 1 und dann gehen wir auf den Dienstag zu mit einer mit einer neuen Folge Rainbow Six Siege nicht live sondern per Video und dann gehen wir auf den Mittwoch zu einer Folge Ark Survival und einer Folge Evolve gehen wir auf den Donnerstag zu und da wird es eine schöne Folge auf den Donnerstag ja wird es eine schöne Folge Battlefield 1 per Video geben und dann gehen wir ja auch schon auf den Freitag zu wo es einmal live eine Rainbow Six Siege Folge im Rang geben wird übrigens am Dienstag gibt es keinen Rang damit kommt locker und Rang eben halt jeden Freitag live wochenend mäßig wird es Live Videos eher geben also sowas wie Evolve Ark Survival Rainbow oder eben halt andere Spiele das weiß ich dass es noch vier Spiele gibt einmal einmal random live kann auch sein dass es mal am Wochenende ausfällt auf den hier ist da night ja mann ich war verpeilt der ist inside hallo frost was er spielt mit stachel er spielt mit stachel dino exodus und zeus ist auch in der nächsten folge wieder da der kleine bastard ist einfach aus dem rang rausgegangen dann bin ich auch einfach ausgegangen es hat schon gestartet und du hast dann ansehen schafft kam hallo ist schuldig hr die hälfte die hälfte die hälfte erneut und sie holen es ist schön für dich das jungen kannst es sich 10 Sekunden zu insertion Bist du in der match? 5 Sekunden bevor insertion Ja The defuser has been recovered You've located a bomb Make your way to its location You must recover the defuser The defuser has been secured Allah 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 Oh It's open The drop is open Echo Echo upstairs The defuser is no longer in your possession I have said You rush but also no type of defuser Annaluke You shouldn't do that You should do that ires Fender RTD active It's going to get back Police I see it RTD active I have dropped the defuser Is it activated? Everything activated Allah was better activated Oh Alles klar Weißt was geil war so Ich fahre erst am Anfang der Folge so Erste Runde so auf dem Flugzeug Das ist so Ich geh ganz oben rein, ne? Ganz oben in Cabrera steht da so In der Cam Und, äh Guck die ganze Zeit in der Cam und ich messe das hier so Nice Ah, nice, ey Nice, ey Hast du schon gut gemacht, Kleiner Du bist wohl eher der Kleiner Ist wohl frech geworden, Kleiner, hä? Kleiner Frechdax Frech Du bist doch der Ausländer Weiß klar, Mr. Frechdax Ah, Brandpfeil, easy Dann seit wann schmeißen die Terroristen Smokes? Schon immer Die schmeißen sogar Granaten Blendgranaten Nochmal Feuergranaten Was geil wär Feuergranaten Du bist nicht wahrzune Es gibt Feuergranaten Ja, das gibt's Ja, da, das dort und das dort gibt's, ja? Amenakoyem, amenakoyem! Oh, da, 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 da Hallo Hallo Ich zeig euch heute einen neuen Lifehack Nein Dann würde ich sagen Damit würde ich sagen, wir sind bei einer neuen Folge Rainbow Six Siege Und das war ja scheiße irgendwie von Nicht von mir, weil, was sag ich, mit einem Eine Live-Folge am Freitag mit Rang Und, ähm So, ne, dann sehen wir uns bei einer neuen Folge Am Montag Am Montasch Ne, das ist doch wunderschön Und dann freue ich mich auf ARK Und IWOLT Ciao